Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Kopfhörer Review hier bei Nerditech. Heute mit einem Produkt, auf das ich sehr, ja nicht lange gewartet habe, sondern auf das ich, ich würde fast sagen, lange hingearbeitet habe. Es war eine langsame, schleichende Entwicklung. Ihr wisst alle, wenn ihr die Videos schon mal gesehen habt, eins meiner allerersten Kopfhörer Reviews war der Sennheiser HD598. Und ich würde ihn gerne nach dem heutigen Review einfach als den kleinen, ganz, ganz kleinen Bruder zu oder von diesem netten Modell hier einstufen. Und zwar ist das der HD700. Hier seht ihr schon die Box. Ich habe euch also das Unboxing quasi schon abgenommen. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund zu den kleinen Jungs. Hier kommen wir gleich nochmal. Ich möchte nur ein, zwei Sätze dazu verlieren, wie es jetzt überhaupt, naja, zu dem Kauf gekommen ist, zu dem ich wahrscheinlich vor drei, vier Monaten noch gesagt habe, dazu wird es niemals kommen. Ja, also es war so, ich habe die HD598 abgegeben mit, nach etlichen Jahren, ich glaube nach vier oder fünf Jahren, mit dem Kommentar oder mit der Überzeugung, irgendwie brauche ich diese Art von Kopfhörer aktuell nicht mehr. Ich bin zu viel unterwegs und bevorzuge da einfach hier meine kleinen Schuhe SE 535. Meine wirklich uneingeschränkt Lieblings-In-Ear-Kopfhörer aller Zeiten. Und das war soweit auch okay. Da kam ich auch eine ganze Zeit lang eigentlich mit zurecht, so ungefähr zwei Monate. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir doch ein bisschen was fehlt. So, und jetzt kam natürlich das Problem. Zurück zum 598 waren wir irgendwie ein bisschen zu blöd, weil ich hatte den anderen gerade verschenkt. Und habe mir schon immer mal gesagt bei Technik-Sachen, never take a step back. Also gehe niemals Schritte zurück. Das heißt, ich bin immer einfach großer Sennheiser-Fan, gerade im Around- bzw. im Over-Ear-Bereich ist für mich die Firma auch wirklich unter den absoluten Top-Aspiranten zu nennen. Oder unter den Top-Herstellern, dann auch noch als deutsche Firma. Und dann muss man halt die Entscheidung treffen, HD600, 650 oder 700. Wir bewegen uns hier für viele von euch eventuell, die jetzt so mit dem Begriff HD700 noch nichts anfangen können, würde ich mal behaupten, in dem High-End-Bereich. Soundtechnisch ist er das auf jeden Fall. Finanziell gesehen aktuell die gesamte Reihe, also die beiden 600er und auch hier der HD700, kann man natürlich auch ganz schnell respektive dem HD800 mit seinen 12-1500 Euro Price-Tag. Also jetzt gerade der neue 800S ist ja rausgekommen vor ein paar Monaten und da kann man natürlich ganz schnell sagen, hololol, da sind wir dann hier mit 450 Euro, beziehungsweise die anderen beiden sind so in der Kategorie 300 bis 350 Euro, eher am unteren Ende der Oberklasse angekommen. Soundtechnisch macht das für mich aber echt nicht mehr den Kohlfett und deswegen würde ich gerne am Ende des Videos auch, wie im Titel schon angedeutet, noch ein paar Worte zum Vergleich zwischen diesen vier Kopfhörern, die ich jetzt hier erwähnt habe, hinzuziehen oder mit einbeziehen. Nämlich den HD598, 600, 56 und 700, um da für euch so ein bisschen auch die eventuelle Kaufentscheidung, die ansteht, einfacher zu machen. Wie gesagt, der 800er, das ist alleine schon rein preislich nochmal eine ganz andere Liga, den müssen wir hier einfach erstmal als eine Liga für sich, eine andere Welt betrachten. Und den habe ich auch noch immer nicht probehören können, egal wo, der 700er hang netterweise zum Testen in Bochum beim Saturn aus mit den anderen beiden Modellen oder mit den anderen drei Modellen. Auch ein selten gesehener Gast in den Warenhäusern oder in den Mediamärkten unseres Landes, aber da wusste ich halt, hatte ich noch so im Kopf, hängt da rum. Und da habe ich ihn dann sehr, sehr ausführlich probehören können und auch direkt vergleichen können mit den anderen beiden Geräten. Ganz kurz einmal zur Box. Ich habe gesagt, Unboxing gibt es nicht, aber das Wichtige ist, ihr seht schon, die Box ist relativ unspektakulär, nämlich einfach nur schwarz. Ich hoffe mal, der Autofokus spielt jetzt mit, wenn ich hier mal endlich wieder vor der Kamera sitze. Was ich euch nur zeigen wollte, ist, das hier ist eigentlich nur ein kleiner Pappschuber, hinter dem eine sehr, sehr edle, schwarze Holzbox zum Vorschein kommt. Und die kann, wenn man keine Lust hat, ich packe den auch gleich weg, sich nicht so einen schicken, selbstgebauten Kopfhörerständer zuzulegen oder sich einen vernünftigen, am besten schönen, hölzernen Kopfhörerständer anzuschaffen. Und dann kann man diese Box, hoppala, auch zur Aufbewahrung nachträglich des HD700 benutzen. Ihr seht also hier, das ist so ein, ja, hölzerner Look. Ich glaube, Holz, in dem Sinne ist es gar nicht. Es ist einfach nur so ein Überzug. Und wenn wir den aufmachen, hier hinten haben wir Scharniere dran, und wenn wir den aufmachen, dann sehen wir einfach nur, so kommt der quasi auch. Also hier liegt er dann drin, hier habt ihr ein Kabelfach, wo das Kabel, zu dem ich nachher auch ein paar kritische Worte verlieren muss, was auch der Hauptgrund ist, warum er nicht ständig hier drin ist. Zwar aufbewahren könnt, aber ihr müsst es auch dementsprechend ordentlich immer wieder wegpacken. Hier kommt logischerweise der Kopfhörer rein. Ist natürlich, wenn man ihn mal ein bisschen mit durch die Gegend nehmen möchte oder so, oder sicher aufbewahren möchte, über einen längeren Zeitraum nicht verkehrt. Dem Anspruch würde ich mal sagen, eines solchen Kopfhörers angemessen. Und, ja, nice to have. Hier habt ihr das Sennheiser Logo drauf. Ich kann die jetzt einfach mal so hier hinstellen. Dann haben wir das jetzt hier so im Hintergrund statt dem Karton, weil den Kopfhörer gucken wir uns ja gleich eh noch ausführlich genug an. Und, ja, wie gesagt, also weg, nicht weg, niemals weg vom In-Ear, aber einfach wieder hin zum Around-Ear-Kopfhörer für den Heimgebrauch. Warum ist die Entscheidung am Ende relativ leicht gefallen für ein solches doch deutlich teures Modell? Also den HD598, um das nochmal so in Erinnerung zu rufen, den kriegt ihr momentan relativ leicht seit ein paar Jahren so für um die 160, 165 Euro bei Amazon und Co. Auch wenn der immer wieder mit 200 bis 230 ausgeschrieben ist, da müsst ihr auch aufpassen, bei Saturn oder Mediamarkt und so steht der dann auch gerne mal für 200 im Regal. Das ist halt, also 230 ist immer noch die Sennheiser UVP, ja, für ein 7 oder 8 Jahre altes Modell, der hier, was ja für Kopfhörer überhaupt nichts Besonderes ist, der hier hat auch schon, ich glaube, 4, wenn nicht sogar 5 Jahre auf dem Puckel. Das Modell ist von 2011, ja, und die beiden Vorreiter, der HD600 und der 56er sind von 97 und 2000 oder so um den Dreh. Das heißt also, der 600er war damals ja wirklich ein Kopfhörer, der Standards gesetzt hat in seiner Liga. Auch heute noch ist ein absolutes Referenzmodell, das mir aber persönlich aus ein paar Gründen einfach nicht so gut gefallen hat. Und dazu, wie gesagt, nachher mehr. Jetzt nehmen wir den Kopfhörer hier mal runter, stellen diesen tollen Spender hier mal weg. Hier hinten ist noch ein Adapter drin, der ist übrigens nicht mitgeliefert. Zeige ich euch auch einmal ganz kurz. Moment. So. Okay, das ist sogar der falsche, stimmt der andere nicht beim Christoph, jetzt wo ich es gerade so sage. Also, den müsstet ihr, wenn ihr den an einem normalen 3,5mm Klinkenanschluss benutzen wollt, diesen Kopfhörer, müsst ihr euch entweder ein neues Kabel holen, wobei ich gar nicht weiß, ob es dafür Ersatzkabel mit 300mm Klinke gibt, oder aber einfach einen Adapter kostet, einen Fünfer, wenn ihr schon richtig guten haben wollt, oder ein, zwei Euro, und dann hier drauf stecken. Vorneweg lohnt sich das, kommt drauf an. Ja, wenn ihr einen Kopfhörer-Vorverstärker habt für eure mobilen Geräte, oder für eure Zuspieler, die nun mal leider nur 3,5mm mitbringen, dann meinetwegen. Ansonsten ist das hier nicht nur rein optisch, sondern auch von den Werten her einfach ein Kopfhörer, der, ja, in den High-End-Bereich gehört. Und High-End-Zuspieler sind für gewöhnlich keine mobilen. Natürlich gibt es diese High-End-Musik-Player, allen voran das größte Skandal, glaube ich, der Musikgeschichte, oder der größte Witz ist für mich dieser Pono von Neil Young, das, also, sorry, aber, naja, egal, muss ich jetzt kein Wort zu verlieren. Dieser Kopfhörer im Vergleich zu den anderen in der Kategorie, also 600, 650 und auch der HD 800, haben alle 300 Ohm Nennimpedanz. Das ist einfach für die meisten, nee, eigentlich für alle mobilen Zuspieler, also Smartphones, MP3-Player und Co., viel zu viel. Da kann einfach nicht viel mehr rumkommen, vor allem, weil die beiden aus der 600er-Reihe auch im Bereich der, ähm, des Sound-Pressure-Levels, also der, ähm, ja, der Empfindlichkeit unter 100 dB liegen, das ist ja quasi der Einstiegswert bei einem Millivolt angelegter Spannung, ne, hättet ihr also eine Ausgabe von, ich glaube, der 600er liegt bei 97 Dezibel, das ist dann einfach zu schwach. Da kommen die meisten mobilen Geräte nicht mit klar, man hat, äh, zu krasse Verzerrungen ohne einen vernünftigen Vorverstärker an, äh, äh, eurer Heimanlage, wenn ihr da irgendwie einen schicken Heimkino-Receiver habt, äh, Pioneer Marantz & Co., gar kein Thema, äh, auch an alten Verstärkern sowieso, oder damals, genau, damals waren es noch gar keine Receiver, da hat man ja einfach noch Verstärker gesagt, ne, Technics und so, damals die, ähm, Marktführer-Vorreiter, auch wieder made in Germany, und, ähm, er kann es, der 700er ist insofern eine Ausnahme, der hat nur 150 Ohm-Impedanz, der HD598 hat gerade mal 50, da habt ihr also überhaupt kein Problem, aber, jetzt werfen wir mal einfach kurz einen entspannten Blick auf den Kopfhörer selber, bevor ich dann auf die Details, die ihr jetzt hier seht, eingehe. Ihr merkt schon hier an den Ohrmuscheln, das, worauf wir hier gucken, ist der Treiber, ja, der Treiber liegt, um es mal vorsichtig auszudrücken, offen. Wir haben also hier so ein, so ein Steel Mesh, ein, 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 ja, ganz feines, ähm, Stahl- oder, oder Eisengitter, ähm, und hier, super gut belüftet, ein ganz offensichtlich offenes Design, das heißt, den Kopfhörer könnt ihr aufsetzen, der ist unvorstellbar bequem. Ich wollte es schon fast mega sagen, aber sagen wir, unvorstellbar bequem. Ähm, er hat diese netten D-Cups, nennt Sennheiser D, also, wenn er, genau, wenn ihr genau so in die Kamera guckt, seht das, ne, das ist so ein bisschen hier eine, eine Gerade und dann diese D-Form ans Ohr angepasst, obwohl er eigentlich komfortabel über so ziemlich alle Ohren drüber gehen sollte, das heißt, es ist also kein On, geschweige denn ein, ein Over-Ear, der manchmal hier so ein bisschen, so wie mein Momentum zum Beispiel von Sennheiser hier so ein bisschen drauf drückt irgendwo unten aufs Läppchen oder dann hier oben, je nachdem, sondern der wirklich ganz komfortabel über das gesamte Ohr liegt und was ihr jetzt sehen werdet, wenn ich ihn aufsetze, er hat angewinkelte Treiber. Das soll laut Sennheiser für einen etwas besseren Schallweg zum Innenohr sorgen, also, ich hoffe mal, man kann das so grob erkennen, es macht halt ein, wenn man sich das Kopfband anguckt, wie dick das ist, macht er schon ein relativ dünnes Profil, ein relativ unscheinbares Profil. Kann man damit unterwegs oder auch jetzt hier Musik hören? Nein, kann man nicht. Warum? Würde ich jetzt behaupten. Warum? Weil man a, alle drumherum herlaufenden und sitzenden massiv stören würde, wenn man auf einer dementsprechenden Lautstärke hört und weil man gleichzeitig auch irgendwie, wenn man unterwegs ist, ein bisschen die Umgebungsgeräusche meistens ausblenden möchte, wenn man Musik hört. Beides geht mit einem so offenen Design einfach nicht. Ihr merkt es jetzt hier, ich kann, ich hoffe, ohne irgendwie krass zu übersteuern, ganz normal weiterreden, da ich mich auch im Vergleich zu den kleinen Jungs hier selber noch super aktuell verstehe. Und das ist einfach für den mobilen Gebrauch absolut nicht gedacht. Also bei sehr moderater Lautstärke plärrt hier einiges nach außen. Wenn ihr damit ordentlich aufdreht und es für euch, sag ich mal, so knapp unter Schmerzgrenze haltet, dann, ich sitze jetzt hier bei uns im Aufnahmezimmer, kann man aber locker einmal die 5 Meter quer durch den Flur vorne an meiner Eingangstür wahrscheinlich noch hören, wenn man reinkommt und sonst ja hier keiner aktuell in der Wohnung ist, dass da jemand Musik hört über Kopfhörer. Also so viel kommt da raus und dementsprechend viel lässt der Kopfhörer natürlich auch von außen rein. Das heißt, angenehm und wirklich dieser sogenannte ungestörte, unbeeinflusste Musikgenuss, den ich ja bei den Schuhen so sehr schätze durch ihre super Abschirmung, bekommt ihr auch nur in relativ ruhiger Umgebung. Das ist also wirklich ein Kopfhörer, zack in die Anlage, ab ins Wohnzimmer, in den Sessel und entspannen. Zurücklehnen und entspannen, aber wenn dann mal die Türschelle geht oder sonst jemand irgendwie reinkommt, weil ihr noch einen WG-Partner habt, einen Lebenspartner oder irgendwie noch bei den Eltern wohnt, dann ist es nicht so, dass prinzipiell ein Einbrecher an der offenen Tür vorbeigehen könnte und eure Wohnung ausräumt, ohne dass ihr irgendwas davon mitbekommt. Zum Komfort, der Kopfhörer ist, wie gesagt, ist wirklich also unvorstellbar bequem. Ich dachte schon bei dem HD 598, der hat mich über Jahre immer zufriedengestellt. Er hatte ja diese Velour, dicken Velour-Polster. Hier kommt ein etwas anderes Material zum Einsatz, angeblich ein anderweitig modernes, hochwertiges. Ich kann es aber nicht so wirklich beschreiben. Es gibt Kritik, dass Leute sagen, ich finde es nicht so atmungsaktiv. Es wird irgendwie ein bisschen oll im Vergleich zu den Velour-Polstern. Ganz ehrlich, die kann man abnehmen. Fragt mich jetzt bitte nicht, wie. Also hier diesen schwarzen Polsterbereich kann man austauschen, ist überhaupt kein Problem. Gibt es neu zu kaufen, nachzukaufen von Sennheiser, aber auch mittlerweile, glaube ich, von Drittherstellern. Das Kopfband hier, naja, ist auch super weich. Hier oben das Kopfband selber. Der obere Teil sieht ein bisschen ledrig aus, wenn man sich in den Sennheiser-Schriftzug und ist aber in Wirklichkeit irgendwie so eine Zwei-Werkstoff-Mischung, silikonartig, wie so eine Gummierung wirkt. Aber ist recht edel, macht einen sehr puristischen Eindruck im Vergleich zu diesen ja schon fast spacig, modern, anmutenden Ohrmuscheln hier. Und trotz allem wirkt sehr solide. Hier nochmal das HD-700er-Logo und der Mechanismus hier zum Rein-Raus oder zum Größe-Einstellen für den Kopfhörer sehr weich. So wie der Kopfhörer auf dem Kopf sitzt, muss man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwas verrutscht. Aber, das ist ja immer das Wichtige, es soll nicht verrutschen, wenn man nichts anfasst. Aber wenn man drangeht, so beim Hören, soll man auch ohne großartigen Aufwand, sag ich mal, mit einer Hand zum Beispiel das Ganze feinjustieren können. Ihr seht hier, links und rechts ist auf den Muscheln beschriftet. Und dementsprechend, wenn das Ganze nach hinten zeigt und ihr es lesen könnt, wisst ihr auch immer, wo vorne und hinten beim Kopfhörer ist. Setzen wir ihn auf und sehen jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mit einer Hand draufdrücke, zack, da habe ich ihn schon verstellt. Dann kann ich jetzt hier so das Ganze wieder größer stellen oder auch hier sogar, wenn ich mit den Fingern hier so zwischengehe, ganz Stück für Stück alles nachziehen. Oder wieder, ups, jetzt habe ich ihn viel zu locker, so, wieder ein bisschen reindrücken. Jeder Kopf ist halt anders, wie es euch gerade am besten passt. Wenn der einmal sitzt, über Stunden, also ich habe ihn jetzt auch schon, deswegen, wie gesagt, auch kein Unboxing nötig, seit anderthalb, zwei Monaten, glaube ich, im Dauereinsatz hier zu Hause, genug Probe gehört und auch eingetragen sozusagen, völlig problemlos. Ja, drei, vier, fünf Stunden, da drückt nichts, da wird nichts heiß, ihr kriegt nicht so diese Fatigue, wie man immer sagt, die ja eigentlich bei großen Kopfhörern eher selten ist. Wichtiger wäre es dann, wenn ihr hier so in-ears dauerhaft im Ohr stecken habt, da ist es auch ein Qualitätsmerkmal, ob ihr die halt aus dem Ohr rauszieht nach einer Stunde und erstmal denkt, oh, Druck auf den Ohren, irgendwie leichte Schmerzen und so weiter, gibt es hier alles nicht. Das Kabel, probiere ich jetzt tatsächlich, ich weiß nicht mal mehr, ob ich es jetzt zum ersten Mal mache oder ob ich es schon mal gemacht habe, kann man rausnehmen, dementsprechend austauschen gegen Aftermarket-Kabel von anderen Herstellern oder auch gegen ein anderes Kabel von Sennheiser selbst. Ist wieder genau wie beim HD598 so ein Dreh- und Ziehmechanismus. Hier seht ihr das Monoplug, das ist ein vieradriges Kabel und, na, komm, nicht verkratzen, wenn es geht. Farblich ist er natürlich gegenüber dem F598 wesentlich, naja, standardisierter, wie man so kennt, schwarz oder silber oder grau oder so eine Mischung aus allem. Im Vergleich zu diesem Beige-Holz-Look fand ich es, ähm, ja, konservativer, gefällt mir aber trotzdem ganz gut, sehr interessant für Leute, wie gesagt, mit dem etwas kleineren Budget, gibt es den HD508 momentan in einer Limited Edition. Für 200 Euro, da wäre mir dann auch durchaus den 10er vielleicht wert, wenn man mit diesem hellbeige überhaupt nichts anfangen kann und den hellbraunen Velourpolstern in komplett schwarz. Sieht sehr, sehr edel aus, Einblendung habe ich jetzt hier gerade mal für euch gemacht. Hier, wie gesagt, das Kabel und hier kommt der einzige kleine Kritikpunkt, ähm, vieradrig, zwei hier, zwei da, Monoplug sieht man, äh, Kabel von Drittherstellern gibt es, aber hier unten drunter kommt dann dieses Monstrum hier, ja, und, ähm, so wie es hier schon auf dem Tisch liegt, könnt ihr schon so ein bisschen erahnen, denke ich, äh, viel Spiel habt ihr da nicht. Ja, also das ist nicht besonders, der Stecker ist super, gar kein Thema, der ist zwar ziemlich groß, Adapter, wie gesagt, leider nicht dabei, aber es ist ein unglaublich hochwertiges Kabel, was das Ganze allerdings mit dieser Stoffumwandlung hier ein bisschen steif macht, ein bisschen sehr steif. Deswegen gibt es zum Beispiel an meinem Kopfhörerständer auch diese tolle Aufrollfunktion, je öfter man es macht, desto mehr leiert das Kabel vielleicht irgendwann mal aus, das heißt, in ein, zwei Jahren kann es sein, dass das Kabel besser ist als am Anfang. Und genau das ist eben auch das Problem, ihr seht es, wenn ich jetzt hier so versuche aufzurollen mal eben, ähm, das ist genau das Problem, warum ich ihn nicht regelmäßig in diese Box zurückpacke, oder, ja, in die, und, äh, dann mal unten in diesen unteren Teil das Kabel wieder reinfummel, weil ich halt den, diesen Loop, ja, ja, die, die, den Umkreis ein bisschen größer halten wollte, dementsprechend, äh, war also ein, ein Custom-Bild Kopfhörerständer eigentlich die beste und komfortabelste Lösung und es ist nicht besonders schwer, aber, naja, die Länge alleine macht es halt nicht. Diese Steifigkeit kann manchmal schon ein bisschen nerven, es dreht sich immer noch nach, egal wie häufigem Aus- und Wieder-Eindrehen, dreht es sich immer noch so, wie es gerade möchte und ähm, ähm, erwartet man vielleicht besser, ja, bei einem Kopfhörer dieser Preisklasse. Es gibt sogar ein Ersatzkabel direkt von Sennheiser, beziehungsweise ein High-End-Kabel, nicht ein Ersatz, sondern ein High-End-Kabel, ähm, mit einem XLR-Anschluss für den ein oder anderen hochqualitativen Kopfhörerverstärker, wie zum Beispiel die Sennheiser eigenen, da heißen dann, glaube ich, irgendwie HDV 600 oder 800, kosten auch nochmal eben, äh, 800 bis 1200 Euro oder so und das Kabel alleine für diesen Kopfhörer hier liegt dann auch mal schnell bei zusätzlichen 250 Euro, ne? Also, wie gesagt, ähm, wie am Anfang des Videos schon erwähnt, wer mit Kopfhörern über 100 Euro generell nichts anfangen kann, der hätte eigentlich schon längst aufhören sollen zu gucken. Außer ihr seid trotzdem interessiert, dann bleibt natürlich gerne dran, wenn man sowas einfach unbedingt mal gesehen haben muss, wie gesagt, sucht euch einen Saturn in eurer Nähe, die scheinen die teilweise sicherlich in den größeren Märkten, also in Bochum ist halt auch hier im Umkreis rein flächentechnisch mit Abstand, glaube ich, der größte, scheinen die die tatsächlich auf Lager zu haben und da kann man die alle mal schön parallel aufsetzen. Anpressdruck, wenn ihr jetzt hier so guckt, die Fallen, also die, äh, dieses Gewicht hier, äh, nicht Gewicht, dieses Gelenk hier ist das Einzige, ihr habt also so relativ, naja, ein bisschen schon, aber verhältnismäßig wenig Spiel, aber der Anpressdruck, A, gibt sich natürlich mit der Zeit, ist anfangs sogar ein bisschen hoch, dachte ich, ist aber nicht schlimm, weil da weiß man ja, dass es sich nach einer Zeit gibt und wenn er am Anfang schon total locker wäre, dann wäre er irgendwann nur noch ausgeleiert, wie gesagt, diese Polster hier, super weich, super bequem, da macht dieses bisschen zu viel Anpressdruck dann vielleicht auch nicht wirklich den Kohl fett. Letztes Thema, dementsprechend zum Sound, damit wir hier auch mal zu einem Ende kommen, während ich jetzt hier versuche, das Kabel gleich mal wieder dran zu fummeln, der Sound ist überragend und da kommen wir dann auch zum Vergleich, äh, mit dem HD600 und dem 650er, warum ist meine Entscheidung jetzt letztlich auf den HD700 gefallen? Ist relativ einfach. Der HD600 ist für mich so ein bisschen die absolute Referenz, was, äh, eine sogenannte, einen, einen, einen flachen Frequenzgang darstellt. Also man gibt ja, man hat ja mal diese, diese Angabe der Frequenzwiedergabe, welcher Frequenzbereich wird überhaupt abgedeckt, sind wir hier irgendwo bei 8.000 bis 44.000 Hertz oder so, also an beiden Enden eigentlich top aufgestellt, aber viel interessanter ist ja, wie verhält sich der Kopfhörer in diesem dargestellten Bereich? Für die meisten ist so ein Standardwert, sag ich mal, 10, eher auch 15, 16 Hertz bis 20 oder 22.000. Reicht vollkommen, ja, also es ist Quatsch, wer euch sagt, der Kopfhörer geht nur bis 22.000, der kann doch nichts im Vergleich zu jetzt zum Beispiel dem hier, der bis 40.000 geht. Es ist für den normalen Menschen eher wenig aussagekräftig. Interessant ist, wie sehen diese Verlaufskurven aus, wie verhält sich der Kopfhörer von seiner Sound Signature, von seiner Klangsignatur, die ja von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist, auf diesem von ihm abgedeckten Frequenzbereich. Und da kriegt ihr hier ein sehr natürliches Auftreten, aber ein leicht wärmeres als beim 600er. Das heißt, ihr habt einen etwas spürbareren Bass, einen etwas wärmeren Klang. Da ist nichts dumpf oder übertönt. Es ist einfach nur spürbarer, während der 600er quasi so flach wirklich ist, auch eben im tiefen Bereich, dass er für manche wahrscheinlich auch ein bisschen abhängig von der Musikrichtung, die er so bevorzugt, einfach zu harmlos wirkt, zu langweilig. Er kann alles. Er ist immer sauber. Er ist analytisch, detailreich. Natürlich nicht ganz so schnell wie der HD700, aber er verschluckt nichts. Es ist nur, naja, so für Studio hören und so weiter, für abmischen selber, muss eben genau der Bass nicht so präsent sein, sondern man möchte ja eher gucken nach oben hin. Verschwinden mir da nicht gerade irgendwelche Details? Und dafür ist der HD600, wie gesagt, seit fast 20 Jahren nächstes Jahr unerreicht. Immer noch für gerade mal 300 Euro, die er jetzt nur noch kostet. Und der 650er macht das Gleiche in einen Hauch wärmer. Sieht natürlich auch genau wie der 600er nochmal konservativer aus. Hat also auch noch die guten, altgedienten Speaker-Grills hier vor, die wir auch schon beim 598 gesehen haben. Allerdings dann in größer, so über die gesamte Ohrmuschel. Sind beide auch super bequem. Haben allerdings ovale Ohrmuscheln. Nicht so wie hier dieses schöne D-Shape, was ja wie gesagt mehr oder minder einzigartig ist, bis auf den HD800. Der hat das logischerweise auch bekommen. Der ist ja auch ein, zwei Jahre älter als der hier, der dann quasi so als Hybrid, als Übergang zwischen 600er und 800er High-End-Modell entstanden ist, wenn ich Sennheiser da so richtig verstanden habe. Und der hier macht halt für mich das beste Gesamtbild. Deswegen ist es der große Bruder des 598, der mit seinen 160 Euro sehr, sehr souverän auftritt. Für mich immer noch das Beste, was ich jemals gehört habe, unter 200, 250 Euro mit Sicherheit. Super bequem. In der einen oder anderen Kategorie vielleicht einfach ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu wild, wenn man ihn dann dementsprechend gefüttert hat, sage ich mal, mit rockigerer Musik. War mir nach oben hin manchmal ein bisschen zu hektisch, vielleicht auch nicht schnell genug. Und auch nach unten hin, genau wie der 600er, für meinen persönlichen Geschmack zu dünn. Das ist mir ganz am Anfang schon aufgefallen. Ich habe gesagt, naja, kommt man schon irgendwie mit klar. Dann habe ich doch mal ein bisschen, was ich ja eigentlich immer verabscheue, mit dem Ecoliser rumgespielt, den Bass ein bisschen hochgeregelt. Ist halt Ansichtssache. Der 700er, normalerweise liegt er irgendwo bei 600 Euro, soweit ich weiß. Jetzt, wie gesagt, nicht nur bei Saturn und Amazon, sondern an vielen Orten für 430 bis 450 Euro zu haben. Dafür für mich absolut unschlagbar. Eins der besten Klangerlebnisse unterhalb von 1000 Euro. Und da ist natürlich jetzt bei 450 nach oben hin noch eine Menge Spiel. Selbst bei 600 UVP wäre da noch 400 Euro Platz nach oben. Aber ihr kennt das, da findet auch nicht mehr viel statt. Es ist nun mal bei analoger Musikverarbeitung immer noch so, man sagt immer doppelt so guter Klang, was ja sowieso schon subjektiv ist, aber ein doppelt so gutes Ergebnis kostet nun mal alleine schon in der Herstellung des Produktes nicht nur das Doppelte. Sondern da ist man schnell mal beim Faktor 4, 5. Da geht es dann darum, wie sauerstofffrei ist denn eigentlich das Kupfer, was hier in diesem Kabel drin ist. Dieses Kabel ist wie hochwertig verarbeitet von der Isolierung, von der Ummantelung her. Das hier zum Beispiel ist nicht nur sauerstofffrei, glaube ich auf 99,9% oder so, sondern dann auch noch versilbert nachträglich. Und wie gesagt, diese Ummantelung hier, das sind Sachen, die machen den Kohl dann doch fett, machen den Unterschied aus. Und alleine hier mit diesem Standard 6,3 mm Klinkenanschluss kostet von Sennheisern Ersatzkabel an die 160 Euro UVP. Finde ich natürlich auch ohne Frage ein bisschen happig, aber ihr kriegt halt vernünftige Drittanbieterkabel oder Alternativen von Drittanbietern, die aber sicherlich, wenn ihr da nicht irgendwas total Billiges haben wollt, auch locker zwischen 50 und 100 Euro liegen werden. Wo dann viele schon sagen, hallo, das ist nur ein Kabel. Ja, ist aber nun mal so. Von den Anschlüssen her, proprietär ist ja, glaube ich, das Wort. Insofern, als das hier diese kleine Abkantung ist, ich hoffe, ihr könnt die in der Kamera so sehen, beschriftet mit rechts und links, damit man sich auch nicht vertun kann. Jetzt habe ich hier lange genug, nämlich überlegt, scheiße, wie war es denn nochmal? Also rechts und links steht drauf. Und trotz allem, die Anpassung, die kann jetzt jeder noch so vornehmen. Das ist jetzt nicht so wie bei Bose, wo man dann teilweise auf proprietäre Anschlüsse der ganz speziellen Art trifft, sage ich mal. Da kann gar keiner ein passendes Kabel zu entwickeln, weil wahrscheinlich gar keiner Bock drauf hätte. Alles in allem eine ganz klare Kaufempfehlung, uneingeschränkt sowieso zu diesem aktuellen Preis. Und ihr könnt auf jeden Fall nichts damit verkehrt machen. Ihr müsst auch nicht zwangsläufig, um da jetzt nochmal auf meine einleitenden Worte zurückzukommen, mit diesem hier zumindest. Bei den anderen beiden wäre ich mir da nicht so sicher. Ihr müsst mit dem HD700 nicht konsequent mobile Geräte ohne separaten Vorverstärker scheuen. Würde ich jetzt nicht behaupten. Er kann es. Ich habe ihn am iPhone betrieben. Es geht, aber man merkt einfach das, was fehlt. Nicht nur, es ist ja nicht immer so, dass der Sound dann einfach zu leise ist, sondern es geht euch sicherlich im Vergleich zu einer vollwertigen Anlage zu Hause oder eben einem dedizierten Kopfhörer-Vorverstärker einfach einiges an Dynamik flöten. Und jetzt seht ihr hier schon, was ich mit dem Kabel meine. Jetzt rollt es sich hier wieder, wie es ihm gerade so passt. Dabei rolle ich es zum 175. Mal genau so auf, wie sonst auch immer. Aber naja, kann man jetzt auch nichts dran ändern. Von meiner Seite war das jetzt schon wieder viel zu viel. Ich habe ohne Flux schon ein Skript geschrieben gehabt und dachte mir, drehe ich es vor oder setze dich vor die Kamera. Irgendwas habe ich mit dem Kabel jetzt auch falsch gemacht, ist aber nicht schlimm. Am Ende habe ich mich hoffentlich auch zu eurer Zufriedenheit gegen das Skript für den One-Take entschieden und dachte mir so, hey, scheiß drauf, da muss ich wieder so viel zusammenschneiden und noch anderes Bildmaterial vielleicht auch finden. Ich möchte es lieber direkt am Gerät zeigen, möchte mich auch für euch selbst mal wieder vor der Kamera präsentieren und dann dauert es halt schnell mal ein bisschen länger als ursprünglich geplant. Wenn trotzdem noch Fragen offen sind, ab damit unten in die Kommentare. Wichtige Informationen vom Hersteller und Kauflings und so weiter findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie immer. Daumen nach oben, so viele wie ihr habt, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten auch gerne einfach konstruktive Kritik da lassen, sehe ich immer gerne, gerade bei so ausführlichen, längeren Videos und Reviews. Und abonniert den Kanal, solltet ihr das noch nicht getan haben. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Review eines Kopfhörers oder eines anderen Produktes wieder. Checkt auch einfach mal über die Infokarte oben die Playlists und die angesprochenen Reviews der anderen Kopfhörer hier aus und viel Spaß mit dem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Euer Jens von Nerdy Talk.